jo freunde was geht ab ich auf euch geht zu verbrecher oder nack aus der wüste chacuzelle voila wer ist nazi der fick ich alter glaubt mir ich bin für flüchtlinge ich bin für auslandlaune und du den hier versenkenden nazi alter in deinem gesicht hör auf dein gespuck aus 20 likes gab schade mutter du wohnsohn wer will dass ich mir meine zähne rausholte leicht will mindestens 88 likes in nazi kultur dann mache ich das ich meine ganzen zähne durch baby verlassen bahma der hater sind snitch die sind bitches die sind neidisch auf meine fame weil ich ganze zu hause bin und die neider sind neidisch hocken in der schule beim erstklässer und sagen papi wie geht eins plus eins oh shit pam du schade mutter habe ich dir gegeben du willst es doch wissen du schade mutter ja heute ist das mal thema ihr wisst wie meine zukunft ich fick auf alles ich habe geld ich bin reich ich brauche nicht arbeiten gehen freude grüße raus und jan husen sagt mani boah i swear turn up shit ich kann nicht mehr digga ich muss mich umbringen hat er was hin und so alles peace ja freunde ihr wisst shoutout an alle bau bau ich laber jetzt auf die zu viel ich wohne so nette schau du willst es doch wissen kannst du doch nicht nur den rebel fragen shirt bitch digga ihr wisst bescheid freunde punkt also meine zukunft geht so freunde ich befinde mich genau in beugen also was ihr euch gewünscht habt freunde hier guckt und ich sage da minsel casa optik das jetzt beugen mit c wie viele leute immer sagen oder einer hat gesagt ja das ist mein fahrrad marioana auf den fahrrad fahr ich ja kann mit kreis also meine zukunft ist so freunde ich gehe ganz normal jetzt noch zu hause bleiben ich krieg vom arbeitsamt kriege ich ich kann nicht mehr freunde naja ich komme jetzt noch mal zu hause ich war ja in seckingen dieser sr h und dann habe ich ja abgebrochen weil er gesagt ich bin nicht arbeitsfähig also ich muss beendete werkstatt und dann habe ich gesagt ja wie geht es jetzt weiter ja dann sagt er bin in der werkstatt dann sagt er ja ich muss daheim bleiben also nicht daheim bleiben sondern ich kann abbrechen es bringt eh nichts mehr oder ich kann weitermachen trotzdem bleibt und habe ich am den tag noch mal angerufen natürlich kann nicht mehr weil der eine geben das habe ich alles schon erzählt er ist ja jetzt auch egal auf jeden fall hat er gesagt aber ich habe abgebrochen und dann hat er gesagt ja ich soll bin in der werkstatt und dann habe ich gesagt ich möchte mich nicht mehr wissen habe ich eine ansage die ist das punkt aus ende was ich alles gesagt hat deshalb habe ich schon mal gesagt so dann ist das thema damit durch guckt einfach das video an auf youtube bis da ein bisschen runter scrollen ja auf jeden fall ich laber jetzt wieder so viel alter und dann haben die gesagt ich muss mit der werkstatt und dann kriege ich vom arbeitsamt hat dann eine meldung kommt genau an den tag wo ich abgebrochen habe oder einen tag später oder ein paar tagen keine ahnung weiter oder vielleicht sogar noch an den punkt genau wo ich gesagt ich kann nicht mehr kann auch seinen freunde ist ja auch scheißegal freunde red hat und die haben gesagt ja okay abgebrochen die wissen die sind jetzt echt bestimmt sauer schießt meine meine hose rein ba maler ja und jetzt werden die mein vater gesagt ja wie geht es jetzt weiter habe ich zu meinem vater gesagt ja du kriegst einen brief vom arbeitsamt und dann werden die in der werkstatt empfehlen dann gehe ich da hin und ja also freunde ihr wisst bescheid so ist meine zukunft im moment bleibe ich jetzt einfach noch zu hause und alberto sagt wieder schauen und bis mittwoch reingehauen ich kann nicht mehr freunde schau laut